Wir führen hier seit dem 13. August das Projekt Azulgeschäftsstelle. Das heißt, wir haben acht Azubis aus dem dritten Ausbildungsjahr. Wir übernehmen zwei Wochen lang hier die Geschäftsstelle Blendenberger Straße. Die folgenden haben sich die Azubis dann sehr, sehr intensiv auf die Sache vorbereitet. Ich war da sehr eingebunden und von deswegen konnte ich dann ganz beruhigt den Azubis meiner Geschäftsstelle überlassen. Und jetzt so nach der ersten Zeit ist es deutlich, dass sie das sehr, sehr gut machen und sich da anstrengen. Die Kunden, die ich sonst höre und spreche, sind sehr, sehr begeistert davon, finden es gut, dass Auszubildenden viel zugetraut wird. In diesen 14 Tagen können unsere Azubis des dritten Lehrjahres ihr Können unter Beweis stellen. Sie haben sich akribisch monatelang vorbereitet auf diese zwei Wochen. Und wenn man sieht, mit welcher Begeisterung sie dabei sind, dann mache ich ihnen auch keine Sorgen, dass das irgendwie schief gehen könnte. Ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee, weil ich kann mir vorstellen, dass da Erfahrungen gemacht werden, die sie sonst als Auszubildende mit älteren Vorgesetzten oder Mitarbeitern und Kollegen Erfahrungen machen, also die sie sonst nie machen würden. Die Mitarbeiter waren ganz nett und hat alles gut geklappt. Also sehr angenehm und freundlich und möglich zu empfehlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017